ARD Text im Auftrag von Funk Du! Minion! Weisst du nicht, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Ja! Ich wusste nicht, welchen Weg wir uns gehen. Habe ich dir gesagt. Genau! Aber das war ein Sohn, wo wir uns das erste Mal kennen konnten. Hey, hallo! Hey, komm weg du! Du, was du hast gewusst? Nein, ich bin mir wohl. Aber ich habe mir schon noch gerne so Angst bekommen, dass ich gerade hier wurde. Das ist aber schön. Kommt fix mal zu uns runter. Ja, und ich habe nämlich für euch eine Überraschung. Was denn? Hey, hier irgendwo hat den Schatz verborgen. Den müssen wir jetzt suchen. Und dann haben wir den Schatz. Oh, da bin ich schon gut dabei. Nein! Aber jetzt müssen wir zuerst Koordinaten finden. Und Mario, wo hast du denn die Koordinaten? Dann habe ich da einen Sack. Ich schaue sie mal an. Bestimmt, was er uns mitbezieht. Ah! Ich weiss es. Jetzt müssen wir rechts laufen. Rechts laufen, meine ich. So, jetzt machen wir geradeaus, geradeaus, geradeaus. Jetzt müssen wir weiter malen. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Hei! Da wäre die Schatzschau. Und wie wollen wir dann den Stein wegnehmen? Ich habe eine Idee. Was hast du für eine Idee, Mario? Ich spanne hier die TNT rein. Ich spanne hier die Schatzschau. Und jetzt? Jetzt. Und ich laufe weg. Ich habe die Schatzschau. Lauf hinterher. Schau, laufen alle hinterher. Lauf hinterher. So! Wir haben sie gespannt. Und jetzt. 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 Dann tun wir. Nämlich. So zuhören. Schau mal. Achtung. Jetzt geht die Flamme zu dem TNT bei diesem Stein. Komm. Liegt hier runter. Macht euch die Ohren zu. Passiert wahrscheinlich laut. Okay. Einfach ruhig. Ganz ruhig. Ja. Kann man wieder schauen? Ja. Es ist gesprangt. Donnerwatter. Da ist ja der Schatz. Ein Goldnuggets. Schnell. Gehen wir schauen, ob es wirklich einer ist. Ja. Es ist einer. Ja. Wir haben den gefunden, der Schatz. Juhé. Innen und Schumpf. Er gehört euch. Danke. Was würdest du denn machen? Mit dem? Ah. Ich habe noch viele andere Sachen zu tun. Ich muss euch noch jemanden überfreien. Vielen dann. Das gäbe gerade euch nichts an. Ja ja. Ja ja. Wir hätten das jetzt gerne gehört. Aber schliesslich haben wir ihn gefunden. Schau mal der schöne Satz. Oh. Ich muss gehen. Gehen wir weiter. Okay. Tschüss. Tschüss. Maria. Tschüss. Und noch einen schönen Tag. Das ist ein schöner Gold nirgends. Und was auch schön ist, dass der Mario jetzt lieb worden ist. Das finde ich auch schön. Ja. 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 Das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020